Es ist total unglaublich, unwirklich gerade noch, was hier an diesem Wochenende passiert ist. Ich glaube, ich werde Wochen brauchen, um das zu verarbeiten. Ich hoffe, die Mannschaft kann das jetzt mehr genießen als ich in dem Moment. Ich hatte sehr viele Schmerzen und auch heute Morgen hatte ich sehr viele Schmerzen. Ich wusste auch nicht heute Morgen, ob ich wirklich heute spielen könnte. Aber irgendwie haben wir ins Risiko gegangen und es hat sich belohnt. Ich weiß nicht, wie viele Schmerzmittel ich jetzt aktuell in meinen Schultern habe. Aber es tut jetzt langsam mehr und mehr weh. Aber alles ist wert. Unglaublich. Zwei Tage hat der Magdeburg gezeigt, was er kann. Und jetzt uns Champions League Siegern nennen zu dürfen, ist unglaublich. Ich habe Tränen geweint. Ich habe lange nicht geweint in meiner Handballkarriere. Es ist unfassbar. Wir haben so einen Gänsehautmoment, aber so richtig realisieren kann ich es tatsächlich auch noch nicht. Es sind gerade so viele Emotionen heute, die auf einen zugekommen sind, weil es wieder so ein Spiel war wie gestern. Aber wir haben das Ding und verdient gewonnen. Die Magdeburger haben über 70 Minuten gezeigt, dass sie die bessere Mannschaft heute waren, wenn auch nur mit einem Tor. Sie sind eine der besten Mannschaften der Welt. Das haben sie heute wieder unter Beweis gestellt. Sie haben hier verdient gewonnen, weil sie eben ein Tor mehr erzielt haben. Sie haben wieder Charakter gezeigt. Sie haben wieder ihre Spielanlage 70 Minuten durchgezogen. Und da kann man eben nur den Hut vorziehen und sich in seinen Schmerzen ergeben.